Hallo zusammen, ich bin Helena. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus der Computerspielschule. Wie ihr alle auch, musste ich meinen Alltag wegen Corona natürlich ein bisschen anpassen und auch wenn ich immer noch viel lese und viel zocke, viele Filme und Serien gucke und mich auf einen Master bewerbe, gibt es daneben noch paar Dinge, die wir für Stadt Medienzentrum geplant haben, sobald es wieder geöffnet hat. Unter anderem arbeite ich zum Beispiel gerade mit Moni und Chris an einem Blocksiltspiel rund ums Thema Computer und wir haben uns zusammen ein Wettbewerb überlegt für das diesjährige ETFs. Schaut also gerne vorbei, falls es euch interessiert. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können und ja, bis dahin!